Zuerst aber zu einem, der spätestens seit diesem Wochenende im Sport-Olympe thront. Der Formel-1-Rennfahrer Lewis Hamilton hat sich mit dem Sieg beim Grand Prix in der Türkei seinen siebten WM-Titel gesichert. Aber auch abseits der Rennstrecke gibt er den Ton an und nutzt seine Stimme für die gute Sache. Und damit ist er in der Sportwelt nicht allein. Ja, und auch er war mehr als nur US-Präsident. Barack Obama ist auch Familienvater. Genau aus dem Grund sei seine Ehefrau auch alles andere als begeistert gesehen von seiner Kandidatur, wird die News vom Tag zeigen. Und bevor wir uns jetzt den frisch krönten Kochprofis widmen, müssen wir noch jemanden zum Wettbewerbssieger oder der Wettbewerbssiegerin krönen. Und ich hoffe, Sie führt Ihren Weg schon morgen wieder vor dem Fernsehen, und zwar am 20.07. zu mehr Glanz und Gloria Do auf SRF 1. Ich würde mich freuen und wünsche einen erholsamen Abend. Auf Wiedersehen miteinander. Und dann? Ich würde mich freuen und wünsche, bis auf Wiedersehen.